m ich hab mal eine Idee HITMAN! Aua! Nimm mal die UC mit Wenn ich die Naus nehmen könnte, mann! Heeeeehh Like... Wios? Fickn i.e.n. Was? Fickn i.e.n.e Wuss? Fickn i.e.n.e.n.e.n. Wuss? Fick ihn in seinem Arsch? HITMAN! Oh, der Axel ist schon draußen. HITMAN Style! Jetzt hab ich mich, jetzt hab ich mich. HITMAN! HITMAN! Wenn ich mich, dann PROM, verd whenever schaume ich mich hin. Das ist okay. Senchen Sie sich mal! Das ist ja schon. Bücken! 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 Da hoch! Da hoch! Da hoch! Da hoch! Ich gehe nicht auf alle Seite. Trott doch die Waffe, verdammt nochmal. Heilung, Heilung, Heilung. Jetzt versuchen wir mal alle, hier abzuknallen, nochmal. Das klappt nicht hier, das klappt hier nicht hier, das klappt nicht hier. Was ist denn hier? Das klappt nicht hier. Das klappt nicht hier, das klappt nicht hier, das klappt nicht hier. Das klappt nicht. Es sind viel zu viele Gegner. Das ist eine scheiß Mission. Könnte ich nicht sagen. Bei den anderen sind wir so durchgerannt. Dann war der. Geht noch platt. Mein Gott, ne, die Scheiße. Scheiße. Was macht ihr denn da? Ich dachte, ich hab euch erledigt. Hä? Was geht denn mit euch? Ich bin der. Sie sehen, ich bin der. Meine Frau, das ist ein Sieg. Ich bin der. Dieser. Ich bin der. Das ist ein Sieg. Ich bin der. Sein Sieg. Ich bin der. 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 Was ist das, was ist das, was ist das? So, hier sind wir doch schonmal besser durchgekommen als vor ein paar Folgen. Nein, haben wir die? Wie kommen die denn jetzt zu uns rüber? Oh, ein bisschen weg. Jetzt habe ich alle aktiviert. Da muss ich nochmal hin. Da ist der Aufzug. Nein, keine Mutti mehr. Das gibt's doch nicht. Boah. Wo ist der? Okay, anscheinend ist da nur eine übrig. Laut meiner Map. So, Sicherung. Zweite Sicherung. Geil. Haha, du bist der letzte. Wir haben es geschafft, Leute. Darf ich das Pipi in den Augen haben? Auf Pipi steht vier Tränen. Nicht falsch verstehe. So, nochmal heilen. Wo ist denn denn jemand danach kommt? Ich kann das ja auch nicht mehr. Ich kann das ja auch nicht mehr. So, jetzt. Hitman. Dahin, zum Aufzug wahrscheinlich. Ja, wenn meine... Geil. Wir haben alle abgemurkst. Die müssen ja auch mal sein. Und einschalten. Das muss gesagt, ich bin hier nicht. Husser. Wer, wer sind sie? Hey. Hey, warte. Ich bin jetzt aber auch mal dran. Papa's Hosenpisser. Oh Mann, du willst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzeln reichen. Halt mal weg. Oh. Hetzt dich für einen harten Kerl? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Komm schon. Nein, lass mich. Okay, ich zeig's dir. Oh. 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 Okay, alle zusammen. Macht was für schlapfschwanz. Lenny, komm schon. Oh. Weißt du was, Wade? Jetzt. Fick sie. Oh. Oh mein Gott. Halt. Ich hab Blut an den Helden, Wade. Na, seht ihr das? Die ist geplatzt wie ne Wassermelone. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Lenny. Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Hm. Hm. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Halt. Halt, da hat die Nonne einfach umgebracht. Und jetzt sind wir. Okay, das ist nicht die Hände. Was jetzt? Gehen wir jetzt. Nein, wir haben was anderes. Ja. Anlagen wir ihn doch. Aber richtig. Ist egal, ob das Minuspunkt hier gibt. Wir wollen doch unser Spaß haben. Wir wollen hier einfach sowas. wir wollen hier einfach nicht schlafen können. Die hat Victoria, wenn wir so lange drehen. Wir dürfen endlich so lange zu. Wir dürfen nicht mehr mit dem Fluss. Wir werden im Terminal. Wir haben jetzt nicht mehr mit dem Infant. Die sind nicht mehr mit dem Fluss. Bei den Mails. Ah, die leben beide! Wie viel Kuchen frisst ihr denn? Wie ohne Junge, Junge. Ah, da sind wir. Was willst du denn, Junge? Ah, muss auch nachladen. Zack! Bitch! Victoria, wo bist du? Wait! Ach, ja. Hast du das? Ich mach' auf'n Sly-Spiel im Ego-Stisch. Oh. Obst du ihr Winter? Wollt ihr ewig leben? Schmeckt ihr das Breckspferd! Der schickrass Arschloch! Tschüss! Wom hat das jetzt nicht geklappt? Wom hat das jetzt nicht geklappt? Wom hat das jetzt nicht geklappt? Wie war das denn nochmal? Wom sollt ihr Winter? Wollt ihr ewig leben? Schmeckt ihr das Breckspferd! Er ist die Krass Arschloch! Schießt, schießt doch! Na... Warte mal, kann man hier Steuerung nochmal nachgucken? Wie war das denn nochmal? Gamepad, äh... Steuerung... Schießen, werfen, entdeckt der Fall, nachladen, ins Ding verschmelzen, interagieren... Ich hoffe mal das ist Y... Da ist das Mädchen... Komm, soll ihr weg sein? Wollt ihr ewig nehmen? Ich steck in das Dreckspferd! Er ist dick dran, Arschloch! Komm, macht was Hitman! Hitman, schieß! Hä, bin ich... Blöder... Wir machen mal kurz ne Aufnahmepause... Bis gleich! Aber ich habe noch mal kurz... Ich bin super! Ich bin super! Vielen Dank.